Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, es ist etwas schwierig mit dem Antrag der Piratenfraktion. Ich denke, es geht ja nicht ausschließlich um das Bauhausarchiv und den Erweiterungsbau, es geht um ein sehr grundsätzliches Problem. Und ich denke, wir wären gut beraten allesamt, wenn wir uns diesen Antragstext etwas ernsthafter nähern, als es hier zum Teil anklang. In den vergangenen drei Wahlperioden hat das Abgeordnetenhaus von Berlin, ich glaube, fünf Untersuchungsausschüsse eingesetzt, Frau Hausdorfer, fünf Untersuchungsausschüsse, die sich ausschließlich mit Bauproblemen beschäftigt haben. Doch, 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 fünf. Wir können nachher gerne Privatissima machen, dann erzähle ich Ihnen das. Fünf. Im Kern, die Projekte waren unterschiedlich. Sie hatten eine Gemeinsamkeit. Sie gerieten alle in Finanzproblematiken, in Turbulenzen, Sie gerieten alle in Zeitschwierigkeiten. Und irgendwie war immer das Land Berlin daran beteiligt. Wenn man dann etwas tiefer geschürft hatte, kam man auf Ursachenkomplexe. Ich bringe das jetzt mal so auf eine Kurzformel. Eine relativ oberflächliche Planungsphase zum Finanzierungsplaner, die zum Teil eher auf der Grundlage des Grimm'schen Märchenbuches verfasst worden sind. Und letztendlich aus unterschiedlichen Gründen immer ein sehr, sehr ambitionierter Zeitdruck, der kaum realistisch war. Was passierte dann? Was passierte dann in der Folge? In der Folge war dann der Hauptausschuss immer wieder gezwungen, sich auf der Basis von roten Nummern mit Nachfinanzierungen zu befassen, die unter dem Signet liefen. Wir haben einen Baufortschritt. Wir können nicht mehr zurück. Und es sind unabweisbare Finanzierungsnotwendigkeiten vorhanden. So, das ist im Groben gesagt das ganze Problemfeld. Und wenn die Piratenfraktion jetzt vorschlägt, wir sollten als Landesparlament hier Mittel und Wege finden, um uns im Vorfeld und baubegleitend etwas intensiver mit solchen Projekten befassen, mit ihrer Problemlage, dann finde ich, ist das lediglich ein Ausweis dafür, dass zumindest Teile des Berliner Abgeordnetenhauses gewöhnt sind, ihre originären verfassungsmäßigen Aufgaben ernster zu nehmen. Das kann man nur unterstützen. Streckenweise ist die Praxis, ist die baubegleitende Praxis im Abgeordnetenhaus von Berlin, Frau Hausdörfer, mit Verlaub, eigentlich nur dazu angetan, uns hier sozusagen selbst als Abnickbude hinzustellen. Und das ist das Abgeordnetenhaus von Berlin nicht wert. Schlussendlich sind es immer wieder Steuermittel, die dann hier in den Märkischen Sand gesetzt werden und keine Privatgelder. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.